Herzlich Willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich hoffe, dass es euch allen gut geht. Mein Gast heute ist Josef Vogel und ich habe auch dieses Mal vor dem Interview direkt eine längere Einführung gemacht. Deswegen mag ich da jetzt gar nicht zu viel zu sagen, aber ich möchte euch noch darauf hinweisen, dass dieses Interview hier vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie im deutschsprachigen Raum aufgezeichnet worden ist. Das heißt, dieses Gespräch, das sich auch bekannterweise mit einer Frage der Krise des Regierens beschäftigt, tritt jetzt in eine ganz interessante Wechselwirkung mit den jüngsten Ereignissen und gerade nämlich auch der Frage, wie Regieren, staatliches Regieren und auch anderes Regieren, algorithmisches Regieren, das Regieren der Märkte und so weiter, wie diese verschiedenen Formen des Regierens jetzt in dieser Situation neu gelesen werden. Das heißt, es gibt manche Gespräche, die altern schlecht, dieses hier in keinster Weise, denn da kommen jetzt ganz viele spannende Bezüge auf euch zu, die eigentlich auch für mich und Herrn Vogel während des Gesprächs natürlich noch nicht absehbar waren. Bevor es losgeht, mag ich gerne noch Jonathan danken und ihn herzlichst begrüßen in der Gemeinschaft der Patreon-UnterstützerInnen von Future Histories. Vielen, vielen Dank, Jonathan. Ich weiß das sehr zu schätzen und das hilft auch ungemein. Vielen Dank auch an Fabian für seine Spende. Auch das hilft ungemein. Und in diesem Zusammenhang wollte ich euch alle nochmal darauf aufmerksam machen, dass man eben Future Histories zum einen bei Patreon unterstützen kann, dass man aber auch einmalige Spenden einfach auf das Konto von Future Histories überweisen kann und dass ich euch allen für diese Unterstützung ganz unglaublich dankbar bin. Und bevor es jetzt dann wirklich losgeht, mag ich euch noch auf eine Folge von Future Histories aufmerksam machen, die in einem ausgezeichneten Korrespondenzverhältnis zu der heutigen Folge steht, nämlich die Folge 11 mit Frieda Vogelmann zu alternativen Regierungskünsten. Und ich möchte euch auf eine zukünftige Folge von Future Histories aufmerksam machen, nämlich die übernächste, also die 27. Folge Future Histories. In der wird nämlich Philipp Stab zu Gast sein und wir sprechen über sein ausgezeichnetes Buch zum digitalen Kapitalismus, aus dem ich unter anderem den heute in dem Gespräch mit Josef Vogel auch verwendeten Ausdruck der proprietären Märkte habe. So, jetzt aber wünsche ich euch viel Spaß in der heutigen, für mich wirklich überaus interessanten Folge mit Josef Vogel zum Thema Die Krise des Regierens. Das ist ja dann auch eine schöne, stimmungsvolle Kulisse für unser Gespräch, das freut mich. Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Josef Vogel begrüßen zu dürfen. Josef Vogel ist Professor für neuere deutsche Literatur, Kultur und Medienwissenschaften und hat mehrere Bücher zu Themen geschrieben, die für diesen Podcast hier von großer Relevanz sind. So zum Beispiel das Gespenst des Kapitals und der Souveränitätseffekt. Herzlich willkommen, Herr Vogel. Guten Tag, Herr Russ. Es war in der Vorbereitung für diese Folge hier gar nicht so leicht, sich auf eine Überschrift für die Episode und damit auch auf ein Leitthema festzulegen. Es hat sich dann aber doch eine Formulierung gefunden, unter der wir, glaube ich, ganz gut die verschiedenen Themen heimsuchen können, die mich an ihrer Arbeit und ihrem Denken interessieren. Der Titel der heutigen Folge lautet also »Die Krise des Regierens« und ich möchte dem Ganzen ein Zitat voranstellen, das unser Gespräch etwas rahmen soll. Das Zitat ist von Foucault, also Michel Foucault, und lautet »Mir scheint in der Tat, dass sich hinter der gegenwärtigen ökonomischen Krise und den großen Gegensätzen und Konflikten, die zwischen reichen und armen Nationen absehbar werden, eine Krise des Regierens abzeichnet. Unter Regierung verstehe ich die Gesamtheit der Institutionen und Praktiken, mittels deren man die Menschen lenkt, von der Verwaltung bis zur Erziehung. Diese Gesamtheit von Prozeduren, Techniken, Methoden, welche die Lenkung der Menschen untereinander gewährleisten, scheint mir heute in die Krise gekommen zu sein. Wir stehen vielleicht am Beginn einer großen, krisenhaften Neueinschätzung des Problems der Regierung. Das ist von 1978. Liest sich aber ziemlich aktuell, finde ich. Teilen Sie, Herr Vogel, dieser Einschätzung Foucault, dass wir am Beginn einer großen, krisenhaften Neueinschätzung des Problems der Regierung stehen? Und worin genau könnte das bestehen, dieses Problem, damals und vielleicht auch heute? Wir sind mit Sicherheit in einer Situation, die mit der Krise des Regierens nicht schlecht gefasst ist, vielleicht mit der einzigen Akzentverschiebung, dass diese sogenannte Krise im Grunde stationär geworden ist und deswegen die Frage aufwirft, ob der sich auf Episoden beziehbare Begriff der Krise noch in dieser Weise rechtfertigen lässt. Ich denke, wir haben es in vielen Bereichen mit strukturellen Instabilitäten zu tun, die insbesondere bestimmte Formen, auch bestimmte Routinen, bestimmte Praktiken des Regierens betreffen. Für Foucault, glaube ich, auch im Jahr 1978 waren verschiedene Dinge erkennbar, die er explizit nennt, die auf der anderen Seite im Hintergrund seiner Überlegungen schwingen. Das ist zunächst natürlich der Take-off der internationalen Finanzindustrie, die man gegen Ende der 70er Jahre bemerken kann. Denken Sie an solche Dinge wie bereits Anfang der 70er Jahre, das Ende des Abkommens von Bretton Woods, damit eine völlig neue internationale Währungs- und Finanzordnung, die Entstehung neuer finanzkapitalistischer Zentren, insbesondere natürlich auch mit der Wall Street bezeichnet, das Auftauchen von international relevanten, global relevanten Organisationen, internationaler Währungsfonds beispielsweise oder die Weltbank. Das heißt also Organisationen, in denen sich gewissermaßen die nationale Vorherrschaft von ökonomischen Entitäten in das Zeitalter der Globalisierung eingetreten sind. Das ist ein sehr allgemeiner Rahmen. Zweiter wichtiger Punkt, auch diese Zeit betreffend, ist das Auflösen bestimmter, auch staatlich definierter Institutionen. Es tauchen Fragestellungen auf wie New Public Management beispielsweise, Public-Private Partnerships etc., wo sich also auch vor dem Hintergrund dessen, was selbst Foucault als Neoliberalismus bezeichnet, hat eine bestimmte Privatisierung von öffentlichen oder staatlichen Aufgaben eingestellt hat. Und etwas später formuliert Gilles Deleuze durchaus mit Blick auf Foucault einen ähnlichen Übergang dort, wo er beispielsweise das Ende der Disziplinargesellschaften und den Beginn der Kontrollgesellschaften annonciert und damit neue, wenn man so will, numerische, arithmetische, algorithmische Verwaltungstypen, die in den Zusammenhang auftauchen. Bei Foucault sind damit auch neue Subjektformate verbunden, etwa wenn er vom Auftaufen des Unternehmerischen Selbst, des Unternehmens als Organisationseinheit, als neues Organisationsvorbild spricht. Und nicht zuletzt auch, ganz wichtig für diese sogenannte Krise des Regierens, das Auftauchen einer Priorisierung von Märkten, von Konkurrenz- und Wettbewerbssituationen. Das heißt also, wenn man so will, das Verteilen von Konkurrenzlärm, von Wettbewerbsszenarien über das Fleisch der Gesellschaft hinweg. Also ich denke, die weitgehend mit ökonomischen Fragen verbundenen Praktiken, Technologien oder Künsten der Regierung stehen im Hintergrund dessen, was Foucault, glaube ich, Ende der 70er Jahre angesprochen hat. Für mich würde, und das war ja auch der zweite Teil Ihrer Frage, heute besonders aktuell, die Stärkung, die Forcierung und die Dominanz dessen, was ich Finanzregime nennen würde. Also die Prozesse, die Ende der 70er Jahre begonnen haben, haben sich spätestens seit 2000, und noch deutlicher natürlich nach der Krise von 2007 und 2008 auf den unterschiedlichsten Gebieten manifestiert. Wahrscheinlich ist das für mich, und das ist ein Sachverhalt, den Foucault, glaube ich, in den 70er Jahren noch nicht in dieser Weise feststellen konnte, der noch nicht so flagrant war, sind das Prozesse der Erosion von Rechtsstaatlichkeit. Und diese Erosion findet auf verschiedenen Ebenen statt. Man könnte beispielsweise eine Dynamik bezeichnen unter dem Titel einer Privatisierung des Privatrechts. Das heißt, mehr und mehr internationale Vertragsverhältnisse werden unter Umgehung von nationalen Gesetzgebungen geschlossen. Dafür sind internationale Konsortien, da sind internationale Unternehmen oder auch Unternehmensvereinigungen wie Derivathändler etc. verbunden, denen es gelingt, nationale Rechtsprechungen zugunsten von internationalen privaten Vertragsverhältnissen und den entsprechenden Schlichtungsinstanzen zu umgehen. Ein anderer, nicht unwichtiger Aspekt für diese Erosion wäre beispielsweise die immer stärker erkennbare Privatisierung von Währungsdynamiken. Das heißt, über lange Zeit hinweg, und ich würde sagen, bis in die 80er Jahre hinweg, gab es in der internationalen Finanzökonomie eine Achse, die von den Zentralbanken zu den Geschäftsbanken und den entsprechenden Kreditvergaben geführt haben. Aufgrund eines rasant angewachsenen internationalen Finanzmarkts, der den Gütermarkt um das X-Fache inzwischen übertrifft, sind bestimmte Kompetenzen, die mit nationalen Verwährungen und den entsprechenden Zentralbanken verbunden sind, Mindestreserven, Zinspolitik etc. in private Marktdynamiken abgewandert. Und wenn man so will, die Stellschrauben, die Servomechanismen, mit denen Zentralbanken in diese Prozesse eingreifen können, sind in einer gewissen Weise geschwächt. Man sieht es im Augenblick, um es nur als Beispiel zu nennen, dass selbst eine jahrzehntelange Politik niedriger Zinsen oder Nullzinsen nicht das produziert, was man erwünscht, nämlich beispielsweise deutlich das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, Investitionen in das sogenannte Fixkapital zu erhöhen und damit tatsächlich eine auf Nationalbanken, einschließlich der Europäischen Zentralbank, konzentrierte Kompetenz in der Geldpolitik zu erhalten. Das heißt, da entschwindet eigentlich auch eine Form von Gestaltungsspielraum, der früher vielleicht noch auch auf nationalstaatlicher Ebene angesiedelt war. Das heißt, dort ist eine spezifische Form der Krise des Regierens relativ klar irgendwie erkenntlich, auch einfach diesen Wechsel eben von Handlungsmacht letztlich. Ja, also vor allem auch in der Koordinierung von unterschiedlichen Handlungsinstanzen. Also es war ja nicht uninteressant zu sehen, dass diese weltweite Finanzkrise, die sich dann zu einer Staatsschuldenkrise, dann zu einer Wirtschaftskrise transportiert hat, seit 2008 eine völlig informelle Zusammenarbeit der unterschiedlichen Instanzen herausgefordert hat. Also es waren Zentralbanken beteiligt, es waren Finanzminister beteiligt, es waren internationale Organisationen, Weltbank und IWF beteiligt, aber es waren eben vor allem ganz entscheidend private Institutionen, Investoren, Großbanken etc. gezwungen zusammenzuarbeiten und eine, wenn man so will, politische Notstandssituation zu überhältigen. Man könnte hier tatsächlich von einer Art ökonomischen Ausnahmezustand sprechen, der informelle Gremien und informelle Entscheidungsprozesse privilegiert haben, hat die aber gleichzeitig ein hohes Maß an schicksalshaften Potenzial für Gesellschaften, Volkswirtschaften, Nationalstaaten herausgefordert haben. Und dafür gibt es bereits, wenn man so will, auch ganz konkrete Beispiele. Eines der vielleicht flagrantesten Beispiele ist sowas wie die Eurogruppe in Europa, Europa, die keinerlei rechtlichen Status hat, die nicht mal eine feste Adresse hat, die auch in den Verträgen, also europäischen Verträgen, nicht klar sortiert ist, die aber souveräne Einfluss macht in allen europäischen Staaten, denken Sie an Griechenland, an Portugal und Spanien. Das heißt also, Macht zur Eingriff in Sozial-, Steuer-, Arbeitspolitik sich angeeignet hat. Das ist ein informeller Organismus, der souveräne Macht hat und für diese eigentümliche Parzellierung politischer Entscheidungsmacht über private und öffentliche Instanzen hinweg ein sehr gutes Beispiel gibt. Und gleichzeitig frage ich mich immer, gibt es doch auch bestimmte Kontinuitäten, wenn man jetzt da auf eine Metaebene geht, also sich fragt, okay, was sind denn die Parameter, an denen dort Handeln ausgerichtet wird? Und dann zeigen sich ja bestimmte Kontinuitäten, die vielleicht auch mit Formen des ökonomischen Regierens umschrieben werden können. Also dass bei aller Änderungen, die Sie jetzt auch beschreiben, in der Art und Weise, wie bestimmte Machtzentren sich verschieben, Handlungsformen möglich und verunmöglicht werden, gibt es ja doch auch eben diese Kontinuität des Ausrichtens des eigenen Handels anhand von ökonomischen Parametern. Ist das nicht quasi etwas, was sich dann durchzieht? Also gerade wenn wir jetzt bei Foucault waren und darüber gesprochen hatten, wie er etwa diese Krise des Regierens fassen könnte, frage ich mich immer, ob heutzutage es vielleicht nicht auf dieser Metaebene auch eine Krise des Regierens gibt insofern, als dass diese Überzeugungs-, diese Plausibilisierungsstrukturen ökonomischen Handelns, dass die auf einer bestimmten Ebene zwar Einfluss gewinnen, Macht gewinnen, wie Sie das jetzt beschrieben haben, auf einer anderen Ebene, vielleicht auch auf der Ebene der Imaginationen, gleichzeitig auch eine gewisse Überzeugungsmacht einbüßen müssen. Also man sieht das ein bisschen angedeutet an der verlierenden Überzeugungsmacht dessen, was man Neoliberalismus nennt. Weil das, so wie es jetzt vor 10, 15 Jahren noch ganz klar dominant war und auch mit einem Selbstbewusstsein gemeint hat, man könne jetzt, was weiß ich, das Ende der Geschichte ausrufen oder sowas. Das ist ja heute in der Form wiederum nicht mehr möglich mit diesem Programm. Das heißt, es muss quasi ein anderes Narrativ gesponnen werden, scheint mir, dass dieses neoliberale Paradigma als dominante Ideologie auch ablösen können soll. Ich bin mir da nicht ganz sicher, aber es lässt sich sicher, es lassen sich sicher einige Blickpunkte versammeln. In einem Punkt gebe ich Ihnen völlig recht, auch mit dem Verweis auf Foucault, dass eine Entwicklung, Evolution, man könnte auch sagen, eine Modernisierung von Regierungstechnologien spätestens seit dem 18. Jahrhundert als etwas beschrieben werden kann, das den Begriff der Ökonomisierung des Regierens rechtfertigt. Das heißt also, die Frage nach der Produktion von Reichtümern an Bevölkerungen, an Gütern, an Kapital ist zu einem zentralen Faktor für die Entstehung, für die Forcierung, für das Florieren der Nationalstaaten geworden. Und dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Wir befinden uns also in einer Situation, in die Frage nach der Ökonomisierung des Regierens immer wieder neu gestellt werden muss, bis heute. Ein zweiter Punkt besteht in etwas, was ich gerne eine politische Antinomie bezeichnen wollte. Eine Antinomie, die sich gerade in den letzten Jahrzehnten noch einmal deutlich zugespitzt hat, dass man sich nämlich bei der Frage, wie lässt sich Staatsmacht begrenzen, und das ist ein liberalistisches Dogma, sich gewissermaßen auf ökonomische Freiheiten beruft, und dass man sich bei der Frage, wie lassen sich Exzesse, exzessive Dynamiken der Märkte begrenzen, sich auf eine starke Staatsmacht, nicht zuletzt auf den Nationalstaat stützt. Ich glaube, diese politische Antinomie muss in irgendeiner Weise aufgelöst werden, nicht zuletzt mit Blick darauf, welch großen Anteil die Nationalstaaten, spätestens im 20. Jahrhundert etwa die Vereinigten Staaten, für die Durchsetzung einer globalen ökonomischen Ordnung eingesetzt haben. Ein wichtiger Punkt besteht nun, das wäre ein dritter Blickpunkt, in dem, was ich bereits das Finanzregime, damit ein Take-off der Finanzindustrie und der Finanzmärkte seit den 80er, spätestens seit den 90er Jahren, genannt habe. Und dort scheint mir, um die Dynamik dieser Märkte zu fassen, die seit Ende der 70er Jahre Hunderte von Krisen produziert haben, von denen wir die Größten kennen, von 1987 bis 2008, wo diese Krisen, glaube ich, besser mit dem Begriff der Instabilität zu fassen sind. Das heißt also, es sind ökonomische Dynamiken, die in sich, also endogen, instabil sind und die nach Absicherungsformen suchen. Und da war, nächster Blickpunkt, glaube ich, die Krise 2008 und deren Bewältigung ein überaus interessantes Schulbeispiel. 2008 und 2009 gab es selbst unter Mainstream-Ökonomen einen großen Konsens, wie eine kommende Krise zu meistern sei. Finanztransaktionssteuer, Reduktion der Schattenbanken, Minimierung von bestimmten Kapitalverkehrsformen, Verbot bestimmter Produkte, Einführung eines Trennbankenwesens, also Geschäfts- und Investmentbanken und so weiter. Diese Dinge sind alle bis zum Jahre 2010, als in Europa, nein, 2011, als in Europa auch das Trennbankensystem dann schließlich nicht mehr in Erwägung gezogen worden sind, klammheimlich still und leise gestorben. Es ist aber etwas anderes passiert und das würde in dieses Passepartout einer Krise der Regierung durchaus gehören, nämlich, dass man festgestellt hat, dass die Instabilitäten dieses Finanzsystems kompensiert werden durch die Transformation der Risiken von oben nach unten. Es hat sich also erwiesen, insbesondere in Europa, dass die schwächsten Länder und die schwächsten Bevölkerungsgruppen gewissermaßen als Finanzreserve zur Verfügung stehen, um diese Krisen, um diese privaten Schuldenkrisen in irgendeiner Weise zu beheben. Um es etwas anders, vielleicht etwas fukaldianisch, aber vielleicht etwas abstrakt zu formulieren, die Finanzkrise als ökonomische Krise kann kompensiert werden durch die Einführung von guvernementalen Strukturen, die dieses System in letzter Konsequenz absichern. Dazu gehört so etwas wie die Schuldenbremse, dazu gehört etwas wie die Privilegierung von gläubiger Interessen gegenüber Staatsinteressen. Dazu gehört beispielsweise das Zurückfahren staatlicher Investitionen zugunsten der Privatisierung von staatlichen Leistungen. Dazu gehört nicht zuletzt auch eine Dynamik, die eine immer größere Inklusion von Bevölkerungsanteilen in die Dynamik des Finanzsystems mit sich bringen, also beispielsweise durch die Privatisierung von Vorsorgeleistungen, durch die Privatisierung der Alters- und Gesundheitsvorsorge und so fort. Das heißt also, dieses System lebt und stabilisiert sich in seiner strukturellen Instabilität durch die Einführung von guvernementalen, das heißt also regierungstechnischen Maßnahmen, die einerseits in der Logik der Umverteilung und andererseits in der Logik der immer breiteren Inklusion von Bevölkerungsschichten liegt. Wie kann das als Narrativ weiterhin aufrechterhalten werden? Also wenn wir uns jetzt den Liberalismus ansehen, als Narrativ auch, und eben Neoliberalismus einstmals angetreten ist mit der Behauptung, es gäbe so etwas wie einen Trickle-Down-Effekt, wo eben genau das Gegenteil von dem passieren sollte, was Sie gerade beschrieben haben, wo nämlich angeblich ja quasi der von oben erwirtschaftete Reichtum dann auch nach unten sickern würde und eben nicht nur, wie es jetzt de facto dann ist, die Last nach unten geschoben wird. Nachdem diese Effekte, die Sie gerade beschrieben haben, finde ich immer deutlicher sichtbar werden eigentlich auch. Ja, also nicht zuletzt, weil die Handlungen auch einfach immer unverblümter gesetzt werden, scheint mir, entsteht ja eigentlich dann irgendwann auch ein Legitimationsproblem, wo einfach quasi diese Form des Handelns auch nicht mehr gegenüber den zu Regierenden plausibel gemacht werden kann. Wie wird dem begegnet? Na, zunächst einmal würde ich sagen, es lohnt sich, den Narrativen oder sogenannten Narrativen der ökonomischen Dogmatik zu misstrauen und dieses Misstrauen begann bereits sehr früh, wenn beispielsweise Karl Marx von den Robinsonaten der politischen Ökonomie gesprochen hat. Also Robinson auf seiner Insel als Keimzelle einer fleißigen Erwerbskultur, in der schließlich die unterschiedlichsten insulären Produzenten sich auf einen erfreulichen Austausch geeinigt haben. Also zunächst einmal muss man wissen, Narrative sind womöglich überaus wirksam, aber sollten mit einem Passepartout an Misstrauen versehen werden. Was im Augenblick angesichts der Manifesten Spürbarkeit eines Endes des Liberalismus, wobei man in Klammern dazu sagen muss, dieser Liberalismus geht nicht aufgrund seiner Utopien zu Ende, sondern er geht daran zu Ende, dass seine Prinzipien weitgehend verwirklicht sind. Das heißt also, der Liberalismus als Wirtschaftsliberalismus ist mit der real funktionierenden Wirklichkeit verwechselbar in einer gewissen Weise. Es fällt dem Liberalismus also gewissermaßen schwer, gegen den Status Quo zu argumentieren. Wenn man aber das beiseite lässt, stellt sich die Frage, wie der damit verbundene Desillusionierungsprozess, der sich in unterschiedlichsten Bereichen, auch in unterschiedlichsten Formen der Kritik, sei es von rechts und sei es von links, äußert, wo dieser Desillusionierungsprozess mit Hoffnungsschimmer versehen wird und die Silberstreifen einer erfreulichen Zukunft erkennbar wären. Und da, glaube ich, spielt eine neueste Entwicklung auch ein neues Versprechensprofil eine große Rolle. Und das ist, glaube ich, alles, was mit dem sogenannten Plattformkapitalismus verbunden ist. Das heißt also, mit einer radikalen Verbilligung von Dienstleistungen, das wäre der erste Punkt, die zweitens mit einer Minimierung von Gatekeepers verbunden ist. Das heißt also, die Simulierung niedrigster Zugangsschwellen für ein breites Angebot an Dienstleistungen. Bei Google, bei Facebook, bei Amazon, bei Uber, bei all dem, was man Plattformkapitalismus nennt. Hier taucht also eine schöne neue Welt der Betätigung und der Zugänglichkeit auf, die Verwirklichungs- und Selbstverwirklichungspotenziale verspricht. Das heißt also, letztlich eine Welt, in der ich morgens fischen, mittags angeln, abends kritisieren kann, wie das einstmals von Marx und Engels ironisch formuliert worden ist. Ich glaube, das ist das neue Versprechen, das im Augenblick auf den Plan getreten ist. Das ist Zugang zu Betätigungsfeldern, zu Kommunikationsprodukten, zu Verständigungsformen, aber auch letztlich zu Informationsmärkten zu erhalten, die nichts kosten, die kostenlos sind. Also die kostenlose Zukunft in bestimmten Bereichen ist, glaube ich, das neue Versprechen, dass ältere Formen des Liberalismus, der mit der Beschwerlichkeit der Konkurrenz zu tun hatte, auf den Plan getreten ist. Das ist sehr interessant und das führt uns indirekt dann eigentlich auch zu einem Thema, mit dem Sie sich viel auseinandergesetzt haben und das ich auch sehr zentral empfinde für verschiedenste Dinge, muss man sagen, das Thema der Märkte. Denn der von Ihnen angesprochene Plattform-Kapitalismus lebt ja von proprietären Märkten, also davon, dass eigentlich diese Plattformen selbst auch Märkte darstellen. Also wenn man an Apple denkt und den iTunes-Store, dann sind das ja quasi doch wieder Gatekeeper, aber eben nicht für den Konsumenten, die Konsumentin, sondern für die Anbieter, die auf Apple dann ihre Produkte darbieten wollen. Es gibt so ein paar verschiedene Themenfelder, bei denen ich das Gefühl habe, wenn man sich auch fragt, wie denn alternative Regierungskünste aussehen könnten und das ist so ein bisschen die Fluchtlinie, die ich versuche auch dann heute noch einzunehmen, weil das wäre ja sehr spannend. Wo könnte man denn sonst hingehen? Wenn man sich also, wenn man sich fragt, wie das aussehen könnte, kommt man bei ein paar Sachen nicht vorbei. An der Frage des Individuums kommt man, glaube ich, nicht vorbei. Man kommt aber eben auch nicht an den Märkten vorbei. Also wie stellt man sich gegenüber dieser Frage der Märkte? Ist essentiell, weil sie derzeit zumindest noch als Strukturierungsangebot von Welt eigentlich einen so zentralen, einen so dominanten Platz einnehmen und einen tragenden Pfeiler auch der liberalen Regierungskunst, von der Sie auch gesprochen haben, darstellen. Vielleicht können Sie uns einfach mal kurz auch erklären, was sind eigentlich überhaupt Märkte? Was ist das? Der Markt, was kann er, was kann er nicht? Wozu dient er im praktischen Sinne? Aber auch als Imagination, als Versprechen? Also zunächst einmal, glaube ich, muss man festhalten, dass Märkte, das Nachdenken über Märkte, letztlich auch die politisch-ökonomische Privilegierung von Marktkonstellationen, weil sie sich als Idealabstraktion auf die Welt gebracht hat. Die Märkte, die etwa Adam Smith im Wohlstand der Nationen von 1776 beschrieben hat, die existierten definitiv nicht, sondern stellten eine durchaus kühne Vision dar, sich erstens von feudalen, absolutistischen Abhängigkeiten zu befreien, zweitens ein regulatives Prinzip in die Steuerung von Bevölkerungen und Gesellschaften einzuführen und drittens eine moralphilosophische Revolution zu präsentieren, die darin besteht, dass die Entfesselung egoistischer Leidenschaften einen größeren Beitrag zur Beförderung des Gemeinwohls erzeugen, als beispielsweise moralisch gefesseltes Wohlverhalten. Diese drei Dinge, glaube ich, sind wichtig, um den Markt als Ei des Kolumbus in der politischen Theorie und in der Moralphilosophie zu präsentieren, vor dem Hintergrund, dass diese Märkte nie existierten. Es kam etwas Zweites dazu, was mit diesen Märkten verbunden war, nämlich ein enormes Providenzversprechen. Märkte, die man spätestens mit dem, was man liberale Klassik genannt hat und was sich dann über verschiedene Schulen der Neoklassik in der Makroökonomik durchgesetzt haben, Märkte haben sich immer durch einen Vorzug an Gesetzmäßigkeit ausgezeichnet. Märkte sollen vor dem Hintergrund diese Überlegungen der einzige Ort in der Gesellschaft sein, der sich selbst nach Gesetzmäßigkeiten reguliert, die spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts eben auch mathematisch, das heißt im Grunde nach Gesetzmäßigkeiten der mathematischen Physik beschreiben lassen können, bis hin zur Gegenwart, wo eben Stochastik und stochastische Modelle Grundbedingungen für diese Berechnungsverfahren sind. Damit ist nicht nur so etwas verbunden wie, erster Punkt, ein gewisses Versprechen an Gesetzmäßigkeit. Damit ist zweitens nicht nur verbunden ein gewisses Versprechen der realistischen Prognostik, also Zukunft ist gewissermaßen, und damit die desaströse Wirkung der Zeit ist gewissermaßen herauskürzbar, sondern damit ist drittens auch etwas verbunden, dass es in der Gesellschaft ein Wissenssubjekt gibt, das mehr weiß als alle anderen, und das ist der Markt selbst. Also der Markt gewissermaßen als das Subjekt des Wissens, gegenüber dem man, wie Hayek fast wörtlich formulierte, der Einzelne sich innerhalb einer Demutsgeste zu bewegen hätte. Diese Marktversprechen, glaube ich, sind bis heute vorhanden, waren in den Gründungsurkunden auch jüngerer Staatsgründungen eingeschrieben, wie beispielsweise der Bundesrepublik Deutschland, deren Währungssystem vor der Verfassung existierte, deren Banksystem vor der Verfassung existierte, und deren ramponiertes politisches System, dieser wird durch den Nationalsozialismus unter ökonomischen Bedingungen gewissermaßen neu gegründet werden konnte. Also gerade die Bundesrepublik wäre ein gutes Beispiel dafür, wie die Sozialisierung durch den Markt die Voraussetzung dafür ist, um politisch sozialisiert zu werden. Und das hatte zunächst mal den Dämpfungseffekt der sozialen Marktwirtschaft und hat bis heute, glaube ich, als wesentliche Koordinate der politischen Entscheidungen quer durch die unterschiedlichen Parteien eine eminente Rolle gespielt. Ich selbst habe das bei irgendeiner Gelegenheit Eukodizee genannt, Das heißt also ein wirtschaftswissenschaftliches Theorem des Ältereformen der Theodizee, das heißt einer Ordnung Gottes, die alle Crashs, Unfälle, Krankheiten, Katastrophen auf Erden immer noch rational rechtfertigen können, auf das Gebiet der Ökonomie transportierte. Das ist interessant und ich glaube, da gilt es auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer festzuhalten, dass dieses letzte Element, was Sie jetzt genannt haben, unglaublich wichtig ist, denn es gibt ja eine Form der Selbstimmunisierung innerhalb dieser Erzählung, weil unabhängig davon, ob die Prognosen, die da gemacht worden sind, eintreffen oder nicht, diese Form der Rationalisierung ja aufrechterhalten werden. Das ist ja quasi der spannende Clou an dem Ganzen. Insofern ist natürlich auch die Kritikwürdigkeit vor eine Aufgabe gestellt, die fast unmöglich ist. Es ist natürlich ein gewisses Aperçu, dass die ökonomischen Experten, die die Bundesregierung umgeben, bis heute noch wirtschaftsweise in Volksmund genannt werden und damit ist die archaische Erbschaft auch apostrophiert. Und man kann, glaube ich, und es ist in verschiedenen Studien auch nachgewiesen worden, guten Gewissen behaupten, dass die meisten dieser Prognosen nicht stimmen oder dass sie dann stimmen, wenn sie bei fehlendem Regen gutes Wetter prophezeien. Und damit ist ein theoretisches Problem verbunden, und das werde ich nur nebenbei andeuten, denn mit dieser Form der Wirtschaftsprognostik sind ganz elementar mathematische Wahrscheinlichkeitsrechnungen verbunden, die eben auch im engsten Umkreis der Stochastik stehen. Und ein Wirtschaftswissenschaftler der 20er Jahre hatte schon sehr früh Magenstern, späterer Mitbegründer der Spieltheorie, eine sehr klare Unterscheidung aufgemacht, nämlich eine Prognostik, die beispielsweise Versicherungsgesellschaften betrifft. Im Terminus technicus heißt es die Frage der ergodischen Wahrscheinlichkeit. Und das bedeutet, man kann feststellen, dass bestimmte Unfälle, dass bestimmte Brände, dass bestimmte Krankheiten in gewissen Regelmäßigkeiten auftauchen. Und danach lassen sich eben auch Versicherungspolizen und entsprechende Lasten prognostizieren und umlegen. Auf Finanzmärkten und insbesondere, also in der Wirtschaft, aber insbesondere auf Finanzmärkten, findet eine völlig andere Verteilung von Wahrscheinlichkeiten statt. Dort wird nämlich die Prognose selbst zu einem Effekt des wirtschaftlichen Geschehens. Das heißt also, eine schlechte Wirtschaftsprognose löst Reaktionen aus. Das sind also zeitkritische Prozesse und nicht zeitindolente Prozesse, wie etwa in der Versicherungsökonomie. Also jede Zahlung, jede Information, jede Regung, die innerhalb eines Finanzsystems eingespeist wird, führt sofort zu Reaktionen auf diese Einspeisung. Und insofern können, so ist die These von Morgenstern, theoretisch Prognosen gar nicht haltbar sein. Was aber eben augenscheinlich wird in dem Ganzen, ist dieser Wunsch nach einem, nach einem, nicht nur einem übergeordneten Erklärungsmechanismus, sondern auch danach, glauben zu dürfen, es gäbe ein tieferliegendes Walten, eine tieferliegende, eben Gesetzmäßigkeit, die einer quasi Natürlichkeit entspräche. Und das findet sich eben in den von Ihnen beschriebenen ökonomischen Erklärungsversuchen. Und was mir aber dann aufgefallen ist in dem Vortrag, den ich über das Thema von Ihnen gehört habe, ist, das findet sich ähnlich heutzutage in Erklärungen in Bezug auf Big Data, wo wieder behauptet wird, es gäbe eine tieferliegende Wahrheit, die es zu bergen gelte. In dem Fall wird dann gesagt, okay, man bräuchte nur eine größtmögliche Datensaturierung. Also wenn nur genügend Sensoren da wären, genügend Rechenleistungen und genügend, sagen wir sagen, algorithmische Analysemethoden, dann wäre man in der Lage, anhand der verschiedensten Daten, die wir alle erzeugen, quasi Zukunft nicht nur vorherzusagen, sondern gleichsam zu produzieren. Also auch da geht es quasi wieder, darum zum einen diese prognostische Qualität herzustellen, sogar zu transzendieren, indem man meint, man könne es vielleicht sogar dann irgendwann potenziell sogar gestalten. Also es ist quasi diese prognostische Qualität da. Es ist aber auch wieder die Behauptung da, es gäbe eine Wahrheit, eine tieferliegende, quasi natürliche Wahrheit in Anführungsstrichen, die man mit diesen Methoden jetzt denn dann bergen könnte. Und da musste ich denken, gibt es eben eine ganz starke Nähe zu diesen gedanklichen Mustern innerhalb der Ökonomie. Und es gibt auch wieder eine personelle Überschneidung, weil auch hier wieder die Physiker auf den Plan treten, die dann als Data Scientists wiederum ihre Modelle auf die Datenanalyse applizieren. Das hat mich dann eigentlich zu der Frage gebracht, inwiefern es da nicht eine Kontinuität gibt. Also inwiefern quasi dieser Wunsch nach Erklärungsmustern und auch die Antwort, nämlich der Glaube, man könne jetzt das mit mathematischen und physikalischen Methodiken quasi beherrschbar machen, dass das nicht quasi hier eigentlich sich hier wie dort einschreibt. Es ist zweierlei. Es ist auf der einen Seite eine gewisse Kontinuität und es ist auf der anderen Seite ein sehr starker Bruch, der hier stattgefunden hat. Die Kontinuität besteht darin, dass die Kommerzialisierung des Internet, die in den 90er Jahren eingesetzt hat und die mit bestimmten Rechtsprechungen verbunden war, insbesondere in den Vereinigten Staaten, wo das alte APANET, also das heißt für militärische und akademische, zweckigeschaffene Netzwerk freigegeben wurde für den privaten Gebrauch und für die private Bewirtschaftung, für private Investoren. Und erst zu diesem Zeitpunkt würde ich eigentlich von der Entstehung des Internets sprechen. Die Digitalisierung des Internets und die Netzkommunikation ist mit der Fusion von Finanzinvestoren und öffentlichen Infrastrukturen wie eben diese technischen des Netzwerks entstanden. Und da lässt sich bemerken, dass sich eine sehr effiziente Verknüpfung zwischen einer Informatisierung der Finanzökonomie und einer Finanzialisierung der Informationsökonomie hergestellt hat. Die Unternehmen, die in diesem Bereich auftauchten, das, was man IT-Unternehmen nennt, was seit den 90er Jahren dann auch die Start-ups repräsentiert haben, zeichnen sich durch eine überaus hohe Affinität für die Investition des Finanzkapitals aus. Und dazu kann man einige Beispiele nennen, beispielsweise, dass diese Unternehmen äußerst geschickt darin sind, sich von bestimmten Fixkosten zu dispensieren. Also Plattformunternehmen wie Uber müssen keine Autos pflegen und auch keine Angestellten in irgendeiner Weise versichern. Erster wichtiger Punkt. Ein zweiter wichtiger Punkt. Es ist damit eine Hyper-Externalisierung von Arbeitskräften verbunden. Also Unternehmen wie WhatsApp beispielsweise, Instagram etc. haben meist mit einer zweistelligen Anzahl von Personal Milliardenwerte an der Börse erzeugt. Wichtig ist es also, sich von unnötigen Arbeitskräften zu befreien. Bis heute existieren Diskussionen darüber, was eigentlich die dort Beschäftigenden sind. Sind es Unternehmer? Sind es Selbstunternehmer? Sind es Kontraktoren? Sind es Lohnabhängige? Oder sind es schlicht Tagelöhne? Oder was man inzwischen auch Wegwerfarbeiter nennt? Also davon konnte man sich dispensieren. Drittens gibt es eine enge Verknüpfung von Börsenkonjunkturen auf der einen Seite und Plattformunternehmen auf der anderen Seite. Das heißt, die ersten Plattformen, die Prototypen von Plattformen waren elektronische Börsen wie die Nasdaq beispielsweise, wo sich also ein Informationsdienst für bestimmte Wertpapierhändler, also Makler, zusammengeschlossen hat und diesen Markt automatisiert hat. Und ich würde sagen, das ist sozusagen der Prototyp eines Plattformunternehmens. Und das führt dazu, dass die späteren Plattformunternehmen, Google oder Facebook, um diese Beispiele zu nennen, selbst nach Börsenlogiken funktionieren. Das heißt also, Netzwerkeffekte produzieren. Ein Mehr an Usern produziert ein Mehr an Usern. Die Vermehrung von Knoten führt zu einem exponentiellen Anstieg der Verbindungen. Das heißt also, hier gibt es nicht nur ein hohes Maß an Inklusionsfähigkeit, sondern zugleich, und das wäre ein weiterer, nicht unwesentlicher Punkt für diese Symbiose, Finanzökonomie und Plattformökonomie, besteht darin, dass sich börsenähnliche Strukturen auf alle anderen Märkte, wie zum Beispiel Meinungsmärkte oder so, beziehen lassen. Also Facebook ist ein riesiger Meinungsmarkt. Damit ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt verbunden, der insbesondere die Rolle der Börsen als Finanzierungsanstalten einnehmen. Die normale kapitalistische Funktion von Börsen besteht darin, für Unternehmen Kapital zu verschaffen. Spätestens seit der Plattformökonomie besteht die Logik darin, mit Unternehmen Börsengänge zu finanzieren. Das ist der umgekehrte Weg. Man stampft Unternehmen aus dem Boden, um sie mit hohem Einsatz an Werbemitteln zu schnellen Kursgewingen zu bringen und dann werden sie gekauft oder geschluckt. Google kauft seit Jahrzehnten ein Unternehmen pro Woche. Also das sind, und das meinte ich mit Kontinuität, es gibt eine Kontinuität in der Entwicklung der Finanzökonomie, die ihre letzte Mutation und ihr letztes Modernisierungsreservat in Plattformunternehmen gefunden hat. Und deswegen sind diese Unternehmen teurer als alle anderen Privatunternehmen. Also das heißt, Airbnb ist teurer als BMW, Entschuldigung, teurer als Hilton International. Uber mit wenig, mit 1500 Angestellten, ist teurer als BMW etc. auf den Märkten. Das heißt also, in ihrer Marktkapitalisierung. Hier hat sich also eine, gestützt durch Algorithmen, gestützt durch ähnliche Berechnungsverfahren, gestützt durch die ähnliche Finanzmathematik, eine Kontinuität des Finanzkapitals durchgesetzt. Es gibt einen großen Bruch und der ist tatsächlich die Marke für die Entstehung einer neuen Konstellation. Nämlich, dass, und auch darüber gibt es umfangreiche Studien, sich mit diesem Plattformunternehmen eine völlig neue Form der Gouvernementalität durchgesetzt hat. Nämlich, um es ganz kurz zu sagen, vielleicht dann noch einige Worte mehr, darin besteht, dass jede Bewegung auf diesen Unternehmen, die Sie und ich tun, sei es in der Google-Anfrage, sei es in der Verlinkung, sei es in einem Blog-Eintrag etc., dass jede dieser Bewegungen gleichbedeutend ist mit Tracking. Und das heißt nicht nur mit der Überwachung exakt dieser minimalen Schritte, die wir im Netz tun, sondern, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, mit der unbewussten Produktion von Mehrarbeit. Das heißt also, alle Leute, die Google-Anfragen stellen, alle Leute, die in sozialen Medien und Netzwerken unterwegs sind, produzieren Information, produzieren den Rohstoff der Information, das heißt, sie produzieren Produktionsmittel für genau diese Unternehmen. Das ist, glaube ich, ein neuer Schritt und das ist auch, denke ich, eine neue Form von Enteignung, man spricht in diesem Zusammenhang auch von digitaler Enteignung, die man auf drei Ebenen beschreiben kann. Wir als Nutzer dieser Medien sind erstens von den Produktionsmitteln, das heißt von der Hard- und Software der Unternehmen, ausgeschlossen. Zweitens, wir sind von den produzierten Produktionsmitteln, also von den Informationen, die wir selbst herstellen, ausgeschlossen. Google ist irrsinnig aggressiv, jeden Zugang zu diesen Informationen juristisch zu verbieten. Und drittens, wir sind selbst ausgeschlossen von der Logik unserer eigenen Arbeitsprozesse. Denn ob wir mit dem Internet arbeiten oder ob wir mit dem Internet in der Unterhaltungswelt unterwegs sind, all das lässt sich unter dem Begriff der Mehrarbeit fassen. Das heißt also, es wurde ein Verfahren entwickelt, das sich durch eine überaus raffinierte, ich würde sagen technisch raffinierte, ökonomisch völlig einfache und schlagfertige Ausbeutung von Vitalitätsquanten auszeichnet. Es gibt also, noch anders als in der Diskussion über Arbeitstage und Arbeitszeiten, spätestens seit Marx, keine Grenze mehr für die Aus- und Abschöpfung von Mehrarbeit. Die wird nicht mehr durch die Differenz von Arbeit und Freizeit etc. dargestellt. Also das heißt, hier wird gewissermaßen eine Maßlosigkeit in den Ausbeutungsprozessen vorgelegt. Das ist hochinteressant und das bringt mich dann eigentlich auch zu einer Frage, die in Richtung der alternativen Regierungskünste deutet. Mir fällt da dann nämlich spontan ein Text ein von Evgeny Morozov mit dem Titel Digital Socialism und da gibt es in Bezug auf das, was Sie gerade gesagt haben, eine Kapitelüberschrift, die lautet Socialize the Means of Feedback Production. Also der Aufruf, man möge doch quasi eben genau diese Mechanismen, die Sie gerade beschrieben haben, man möge die doch eben sozialisieren, also vergemeinschaften und damit verbunden ist die Hoffnung, dass hier eigentlich im Schoße des Kapitalismus gleichsam eigentlich auch eine Grundlage geschaffen worden ist, die Dinge doch ganz anders zu gestalten. Also man müsste in erster Instanz Zugang bekommen zu diesen Dingen, von denen wir alle, wie Sie richtig festgestellt haben, ausgeschlossen sind. Und die Frage ist aber dann, ob auf Basis dieser Informationslage und der technologischen Infrastruktur dann nicht etwas möglich ist, was zum Beispiel auch Markt als Steuerungsmittel transzendiert. Also ob da nicht gleichsam eben aus dem Schoße des Kapitalismus heraus auch die Möglichkeit geschaffen wird, um eine Gesellschaft zu erschaffen, die andere Koordinationsmaßstäbe setzt, wenn man so will. Sehen Sie da ein Potenzial? Ich sehe darin kein Potenzial, sondern ich sehe darin schlichtweg eine Notwendigkeit, deren Verwirklichung ich im Augenblick eher mit Schwarzsehen begleiten würde. Man darf nicht vergessen, es sind ganz wesentliche, zentrale, man kann sagen, aggressive Gesetzgebungen erlassen worden, die dieses System im Augenblick ermöglichten. Ein Gesetz habe ich schon genannt, das war die Liberalisierung des Internet, die Privatisierung des Internet 1996 und verbunden damit, das darf man nicht vergessen, das Verbot, öffentliche Dienste im Internet noch weiter anzubieten. Es war ganz entscheidend für die Vereinigten Staaten, um damals die technische und ökonomische Entwicklung des Internet voranzutreiben. Es gibt ein zweites Gesetz auch von 1996, das nennt sich Communications Decency Act oder Information Decency Act in der Sektion 230 und das geht auf eine interessante Rechtsstreitigkeit zurück, die aber große Folgen hatte. Da hatten zwei unterschiedliche Plattformen, eine hieß Prodigy, den Namen der anderen habe ich vergessen, die hatten unterschiedliche Verfahren zur Einstellung von Content in ihre Plattformen. Die eine Plattform hat diesen Content vorsichtig redaktionell bearbeitet und die andere gar nicht. Die eine Plattform ist angeklagt worden wegen verleumderischer Inhalte und sie wurde verurteilt, weil sie den Content leicht redaktional bearbeitete. Die andere tat es nicht, wurde auch wegen Verleumdung verklagt und wurde freigesprochen. Um dieses Paradox zu beseitigen, wurde tatsächlich mit dieser Sektion 230, das Information Decency Act, die weitreichende, bis heute nicht so unterschätzende, Unterscheidung gemacht zwischen Publisher und Provider oder Publisher oder Intermediary. Und das heißt, jeder, jede Plattform, die Content nicht bearbeitet, kann presserechtlich wegen des Inhalts nicht belangt werden. Das führt zu diesem eigentümlichen Paradox, dass wer publiziert, wie Facebook, kein Publisher ist und wer Content liefert, nicht publiziert. Das führte zur Struktur dieser Unternehmen und dazu, und das meine ich, ist sozusagen die schwarze Seite des Ganzen, zur Bedingung der Möglichkeit der Erzeugung von Monopolstrukturen. Das ist die Situation, die heute entstanden ist, einschließlich dessen, worüber ich vorher gesprochen habe, also Netzwerkeffekte, Fusion von Finanzkapital und Plattformunternehmen. Sie hatten das proprietäre Märkte genannt. Das heißt also, hier geht es nicht mehr um die Konkurrenz von Unternehmen auf den Märkten, sondern hier geht es um Monopolunternehmen, die bestimmten Unternehmen oder Produzenten Zugang erlauben oder nicht. Das ist die letzte Entwicklung im zeitgenössischen Kapitalismus und hat zu einem eigentümlichen Mentalitätswandel auch in den entsprechenden Vertretern, wie Eric Schmidt, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Google oder besser dann Alphabet, geführt, die eben tatsächlich behaupten, dass Monopolstrukturen die Zukunft des Kapitalismus sind und dass nur Monopolstrukturen überhaupt so etwas wie Fürsorge für Arbeitsplätze, für Lebens-, für Gemeingüter etc. schaffen könnten. An diesem Punkt sind wir tatsächlich angelangt und deswegen meine doppelte Antwort, eine Veränderung dieser Strukturen ist nicht wünschenswert, sie ist notwendig, aber nur unter den rabiatesten Bedingungen durchzusetzen und das heißt ganz einfach unter der Bedingung erstens der Zerschlagung dieser Unternehmen und zweitens unter der Bedingung einer völligen Veränderung der Rechtsprechung, die ja auch in Europa ungefähr 2010 von den Vereinigten Staaten übernommen wurde. Es gibt im Augenblick interessante Gesetzesvorhaben oder Vorschläge, Aktivitäten des Zentralverbands Deutscher Zeitschriftenunternehmens, die genau diese Dinge sehen. Die sehen, wie auch bestimmte Bereiche des Journalismus unter dieser Form der Ökonomie, unter dieser Hegemonie zusammenbrechen, erodieren und letztlich in finanziellen Notstand geraten. Das heißt, gesetzt dem Fall, es käme zu solch richtigen, wichtigen und radikalen Maßnahmen, es wäre dann der Weg bereitet, um sich eben alternativen Regierungskünsten zuzuwenden und eben eine Frage, die ich mir stelle, ist, wie diese denn genau aussehen könnten. Wir hatten jetzt eben schon die Frage in den Raum gestellt, inwiefern eine Umnutzung der zur Verfügung stehenden Technologien etwaig, zum Beispiel Strukturen jenseits von Märkten möglich machen könnten und dadurch auch bestimmte Logiken transzendieren könnten, die auf Profitstreben und Konkurrenz passieren. Nichtsdestotrotz bleibt das, wenn man dann noch ein bisschen weiter down the rabbit hole geht, quasi noch eine ungeklärte Frage, habe ich das Gefühl. Und auch da muss ich dann, ich hoffe, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind nicht genervt, wenn ich dann nochmal auf Foucault zurückkomme. Der hat sich nämlich in Bezug auf die Frage einer zum Beispiel sozialistischen Gouvernementalität durchaus skeptisch geäußert, beziehungsweise hat er festgestellt, dass es die einfach noch nicht gäbe und man könne die auch in den Schriften des Sozialismus eigentlich nicht finden. Auch da habe ich mir mal ein Zitat rausgesucht und mich würde ihre Meinung dazu sehr interessieren. Das Zitat lautet, ich meine jedoch, dass dem Sozialismus nicht so sehr eine Staatstheorie fehlt, sondern eine gouvernementale Vernunft, eine Definition dessen, was innerhalb des Sozialismus eine Rationalität der Regierung wäre. Das heißt, ein vernünftiges und berechenbares Maß des Umfangs der Modalitäten und der Ziele des Handelns der Regierung. Und dann an anderer Stelle sagt er dann noch, welche Gouvernementalität ist als strenge, intrinsische und autonome sozialistische Gouvernementalität möglich? Wenn man nur weiß, dass es eine wirkliche sozialistische Gouvernementalität gibt, dann ist sie jedenfalls nicht im Inneren des Sozialismus und seinen Texten verborgen. Man kann sie nicht daraus ableiten, man muss sie erfinden. Wie machen wir das, Herr Vogel? Wie erfinden wir die? Ich bin nicht das Subjekt, das so sehr über den Dingen schwebt, um darauf eine Antwort zu haben. Ich kann bestenfalls versuchen, Wiener Hüpfburg einen vorsichtigen Überblick über Details zu bekommen. Aber ich glaube, ein erster wichtiger Punkt wäre darin, sich darüber zu verständigen, was generell, aber auch bei Foucault-Sozialismus heißen könnte. Und ich würde dafür zunächst mal eine vorsichtige, das heißt also auch parteiunempfindliche, Formulierung vorschlagen, dass der Sozialismus oder sozialistische Dynamiken darin bestehen, kollektivbildende Sozialformen unter der Bedingung größtmöglicher wechselseitiger Teilhabe zu bieten. Eine sehr vorsichtige Definition, die jetzt alle Formen des politischen, realsozialistischen etc. parteigebundenen Sozialismus vorweglassen, der würde uns, glaube ich, im Augenblick in eine sinnlose Debatte führen. Ein zweiter wichtiger Punkt, um überhaupt über so etwas wie sozialistische Gouvernementalität nachzudenken, besteht darin, wo wären die Hindernisse genau dieser Prozesse, das heißt kollektivbildender Sozialformen unter der Bedingung größtmöglicher wechselseitiger Teilhabe. Und dann kann man seltsamerweise feststellen, dass selbst der Kapitalismus oder die Entwicklung des Kapitalismus solche Prozesse keineswegs verhindert hat, sondern in bestimmten Bereichen sogar forciert, erzwungen oder schlichtweg ermöglicht hat. Also denken Sie an Gewerkschaftsbewegungen des 19. Jahrhunderts, die Entstehung der Sozialdemokratie in bestimmten Bereichen, die Entstehung des Genossenschaftswesens, alles Widerstandsformen gegenüber bestimmte radikal-kapitalistische Wirtschafts- und Produktionsformen. Vor diesem Hintergrund, glaube ich, kommen wir auf ein bereits durchdiskutiertes Thema zurück. Muss man wohl feststellen, dass eine der wichtigsten Antipoden, Gegnerschaften oder Feindschaften gegenüber dieser Form des vorsichtig gefassten Sozialismus tatsächlich im Take-off der Finanzökonomie besteht, seit den 70er oder 80er Jahren, da sich parallel dazu eben desozialisierende Prozesse bemerkbar machen lassen. Also beispielsweise die Erosion von Solidarmilieus, die Abschaffung oder Reduktion von solidarisch organisierten Versicherungsformen, die Atomisierung von Gesellschaften, die Atomisierung auch von Arbeitsverhältnissen. Man kann als Symptom die Zerstörung der Sozialdemokratie oder Selbstzerstörung der Sozialdemokratie nennen. Man kann die Frage aufwerfen, an welchen Stellen ist es möglich, unter gegenwärtigen Arbeitsbedingungen noch Interessensgemeinschaften von sogenannten Arbeitnehmern herstellen. Also hier habe ich den Eindruck, dass eine schleichende Transformation der politischen Teilhabe über Stimmzettel und Wahlen durch eine manifeste Teilhabe an politischen Geschehen über Kurszettel und Aktienanteilen geschehen ist. Also das heißt, Gesellschaften haben sich zu Shareholder-Gesellschaften verwandelt, die eben auch politische Realitäten, politische Konkretheiten, politische Lebenswirklichkeiten mehr und mehr schaffen. Sie sehen das am deutlichsten im Bereich des Wohnungsmarkts. Um ein Beispiel zu nennen, die Grundstückpreise sind zwischen den 60er-Jahren und dem neuen Jahrtausend um 2300% gestiegen. In Ballungszentren wie in München sind die Bodenpreise für Immobilien von den 50ern bis nach der Jahrtausendwende um knappe 40.000% gestiegen. Also hier wurden, und das sind natürlich Prozesse, die mit den Dynamiken des Finanzkapitals und auf der Suche nach lukrativen Investitionen verbunden sind, also hier sind Teilhabeprozesse radikal amortisiert worden. Der Immobilienmarkt wäre, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Das führt vielleicht drittens zur Frage, wo tatsächlich bevor man anfängt ins visionäre Gebiet einzutreten bei der Frage nach sozialistischer Gouvernementalität, wo sind gegenwärtige Residien, die aktiviert, verstärkt, wenn man so will, auch aggressiv unterstützt werden könnten. Und den ersten Bereich habe ich bereits genannt. Das ist, und das ist hier erkennbar, natürlich nicht zuletzt in Hauptstädten in Berlin, das sind Wohnungs- und Immobilienmärkte. Dort ist erkennbar, welche Freund-Feind-Konstellationen herrschen und unter welchen Bedingungen sich kooperative Projekte zwangsläufig lohnen, weil nur unter dieser Bedingung überhaupt Abhilfe geschaffen werden kann. Das lässt sich im selben Milieu ausweiten, in der ganz klaren Definition und ich würde sagen auch scharfen und aggressiven Definition dessen, was Gemeingüter sein könnten oder Gemeingüter sein müssten. Dazu gehört nicht nur Luft und Wasser und Umwelt, dazu gehört auch so etwas wie Boden, dazu gehört so etwas wie Arbeit, dazu gehört wahrscheinlich auch so etwas wie Währung. und die Bewirtschaftung von Währungen. Ein älterer Ökonom Karl Poljani hatte diese Dinge fiktive Waren genannt, weil sie eigentlich nicht wahnförmig bewirtschaftet werden können, ohne Nachteile für große Bevölkerungsgruppen herzustellen, also Arbeit, Boden und Geld beispielsweise. Das wäre ein weiterer wichtiger Punkt. Ich würde vielleicht noch einen anderen, etwas sehr unscharfen Bereich einführen, der ein konkretes Residuum darstellt, aber zumindest nicht völlig ohne Hoffnungssubstrate funktioniert und das betrifft meinen Bereich sind bestimmte Formen der Wissensproduktion. Ich kann mir ein akademisches Seminar selbst unter verschärften gegenwärtigen Universitätsbedingungen nicht vorstellen, ohne die Herstellung einer minimalen Kollektivität, selbst wenn es Kompetenz- und Autoritätsgefälle gibt. Und ich glaube, jeder von uns kennt Szenen, in denen die Zusammenarbeit an einem gemeinsamen Wissensprojekt mit einem Mal ein hohes Maß an indirekter sozialer Utopie betreut. Das betrifft selbst die Lösung in Kriminalfällen, wo man weiß, bestimmte Dinge können nur über die eigentümlichsten Kooperationen und Verständigungen und Teilhabeprozesse funktionieren. Also das heißt nicht, dass für mich so etwas, was man leicht in Wissensökonomie im Zentrum stünde, sondern das bedeutet, dass bestimmte Rechercheformen bestimmte Formen der Investigation, bestimmte Formen epistemologischer Wege, das meine ich damit, also Wege, die auch langen Arten bedeuten, nur unter Kooperationsbedingungen mit Beigabe größtmöglicher Teilhabe aller Agenten funktionieren. Also das wären konkrete, jetzt theoretisch wahrscheinlich nicht allzu sehr belastbare Dinge, die aber zeigen, dass elementare gesellschaftliche Funktionsprozesse, elementare Inseln sozialen Friedens eigentlich nur unter der völlig unprogrammatischen Verwirklichung sozialistischer Bedingungen funktionieren. Das heißt, es sind keine Inseln, es sind keine Zellen, die sich programmatisch als sozialistisch ausweisen können, die aber deutlich zeigen, dass funktionierende Sozialsysteme ohne diesen Rückhalt schlichtweg nicht mehr Gesellschaften genannt werden können. Wunderbar, das verstehe ich jetzt dann hoffentlich richtig auch so, dass festzustellen ist, dass es dieses Gewebe gibt und dass eigentlich eine der Aufgaben, die man ganz konkret jetzt verfolgen könnte, eben darin bestünde, dieses Gewebe der Sozialität, der gegenseitigen Bedingungen quasi, das zu stärken und darauf weiter aufzubauen. Nach den Ortschaften, nach den Schauplätzen und nach den Einsatzgebieten zu fragen, in denen die Frage einer sozialistischen Dynamik bereits unmittelbar praktisch geworden ist und nach weiteren Praxisformen zu weiteren Praxisformen aufruft. Wunderbar, Herr Vogel, ich frage am Ende dann immer noch, wenn Sie sich Zukunft vorstellen, was stimmt Sie freudig? Dass Freundschaften noch halten und das Leben endlich ist. Herr Vogel, vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag futurehistories oder auf Reddit. Lasst mich wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt und wie euch diese Folge hier gefallen hat. Unbedingt gut bewerten auf allen Podcast Plattformen, die ihr nutzt. Für unsere Patreon-Unterstützerinnen und Unterstützer gibt es auf www.patreon.com schrägstrich futurehistories vieles an Zusatzmaterial. Da könnt ihr also auch vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Ich freue mich.